Das Bild des Löwen steht für Heldentum, Stärke und Macht. In diesem Video werdet ihr ein ganz besonderes Verhalten eines Löwen sehen, welches das Bild des Löwen noch ein wenig untermauert. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass mir doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Anfänglich sieht es aus wie eine ganz normale Jagd auf ein kleines Gnu-Baby. Dann entwickelt es sich mehr zu einer Art Fangspiel. Der Löwe hat scheinbar entschieden, aus irgendeinem Grund das hilflose Ding nicht zu fressen. Beide stehen sich gegenüber, das Gnu-Baby völlig überdreht und in Todesangst, aber der Löwe bleibt ruhig. Er hat wohl etwas ganz anderes vor. Der Löwe versucht das aufgewühlte Gnu-Baby zu beruhigen, es runterzudrücken und er will irgendwas mitteilen. Das kleine Ding scheint aber nicht zu wollen oder zu verstehen. Doch dann kommt ein zweiter Löwe ins Spiel, so wie es wohl der erste Löwe geahnt hatte. Der zweite Löwe startet den Angriff. Blitzschnell reagiert der Löwe und beschützt das kleine Gnu-Baby. Das ist wirklich ein ungewöhnliches Verhalten. Was genau der Löwe danach gemacht hat, weiß man aber nicht, da die Aufnahme da aufhört. War das eine Art Rettung und damit wurde ein soziales Verhalten aufgezeichnet, welches wir von Löwen noch gar nicht kennen? Oder spart sich der Löwe seine Beute einfach nur für später auf und will es nicht teilen? Wir werden es wohl nie erfahren. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema und über eine positive Bewertung für diese beeindruckenden Aufnahmen würde ich mich natürlich auch noch freuen. Falls du Lust hast, kannst du dir auch gerne noch ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.